Vorhin kannst du liegen. Oh, der Sound ist auch cool, ne? Ja. Gibt es auch eine Taucherbrille, dass man besser sehen kann? Warum schwimmst du eigentlich so schnell? Kannst du doch hier auch Schiff drücken? Dann geht. Ja. Ich sehe das Licht. Was ist hier? Ich bin mehr der gemütliche Taucher. Was leuchtet dir denn jetzt? Die Seegras. Alter, was war das denn, Alter? Ich versuche mal aufzutauchen. Okay, wir sind hier mitten. Wir sind draußen. Ach, das ist da, wo ich gebaut habe. Wo wir reingegangen sind. Das ist das Zelt, ja? Ja, wir haben das hier geschafft, hier, was? Das war eine volle Art Volk. Ich dachte, da kommt noch was. Saki Boy ist tot. Wir leben das. Wir haben jetzt eine komische Schockpistole und die Taucherausrüstung. Strand, denke ich mal. Aber nicht doch mal das Lampepäck hier. Ja, aber eigentlich mal so groß war sie nicht. Und dafür hat sich das schon gelohnt, finde ich. Ich bin dreimal draufgegangen. Das reicht mir schon. Ich nicht. Gut. Wir sind ja bei dir. Das ist gut und wichtig. Und das Aufheben geht so wie bei Grounded Stufe 3. Also richtig schnell. Geht schnell, ja? Ja. So, wir sehen alle sehr stylisch aus mit den Dingern. Machen wir den mal rein, ja. Kann ich die wieder ablegen, irgendwie? Man muss jetzt für immer so rumlaufen. Ablegen. Ich sollte sie abgelegt haben. Wo ist die? Die ist sehr weit rechts. Ach, da ist sie. Ja, okay. Ablegen. Was bist du denn? Taktische Jacke. Aber das ist gut. Wir sind jetzt hier am Wasser. Tschau, tschau. Ich habe wieder tierischen Durchschluss. Mach's gut. So. Ich habe gar keine Ausdauer mehr. Denn hast du Hunger oder Durst oder sowas? Ja, du bist müde. Ich laufe da schon hin zum Wasser. Ja, müde bin ich auch. Dann blinkt ja alles wie wild bei mir. Gerade nur real life lustig. Aber ihr habt es gemerkt, vom Berg, wo wir gebaut haben, bis hier runter, ist es eigentlich schon eine ganze Ecke. Dann gibt es hier aber unterwegs gar nichts irgendwie. Ein bisschen leer ist es schon, ne? Ja, eigentlich auch nichts weiter begegnen, ne? Kein Lager oder sowas. Ist auf jeden Fall besser als Ubisoft-Spiele, da kommst du gar nicht dazu irgendwie ein Tutzenloch. Da bin ich heute das letzte Mal gestorben. Weil da ist ein Lager. Ein Lager ist ja gleich um die Ecke. Der ist aber auch eine ganz komische Waffe. Komische Waffen. Ja, dann weise uns mal den Weg, ne? Ich weiß nicht, ob ich den noch hinkriege, aber ich versuch's. Aber vielleicht sollten wir nochmal ein Lager aufbauen, oder? Einmal pennen? Vielleicht. Okay. Oder zumindest irgendwie ausruhen, oder irgendwas. Reicht das? Ja, das reicht doch. Eigentlich brauchst du doch nur einen einzigen Stock. Erstmal kurz speichern tun. So, schlafen wollt ihr auch? Oh, okay, können wir machen. Das ist ein Knopf. Das ist dann wahrscheinlich genau dunkel jetzt. Dann wollen wir aufwachen. Oh. Das geht nicht, oder? Das hat er bei mir abgebucht. Nun geht's doch schon mal. Ja, toll. Ich gucke noch mal schlafen. Da können wir nicht, wir sind zu wach. Nee, geht auch nicht mehr. Okay. Das haben wir auch rausgepatcht. Unrealistisch. Ich kann immer schlafen, wenn ich möchte. Ja, aber es geht. Mal schauen. So. Können wir uns doch wieder abbauen, ne? Ich bin mal kurz für Lulu. Viel Erfolg. Das ist gut, dann bin ich dabei. Ich muss irgendwie auch. Ich beobachte die Dunkelheit. Alles klar, bis gleich. Das ist gut. Und so. Was ist das denn? Ich brauche das Fleisch. Das brauchen wir natürlich nicht. Leitplatine. Da war es drin. Vorbeugungsgewehr. GPS-Pray-Sender. So, wieder da. Gut, gut. Ich werde vor kurzem... Das wollte ich nicht. Ist aber echt die Frage, finde ich den Weg überhaupt noch mal? Wo machen die denn? Auf unseren Weg muss auch mal da gewesen sein. Schauen wir mal. Moment mal kurz. Okay, es regnet. Macht Sinn, dass das Feuer ausgeht, ne? Ja. Er rückt realistisch. Oh, schon wieder. Mein Fisch ist schon wieder verdorben. Aber ich habe ja auch ein Meal dabei. Das ist sehr wichtig. Du musst gute Waifu rein schrauben. Okay, das bringt nicht wirklich viel. Dann brauche ich mir nochmal eine Energy-Regel rein. Jetzt bin ich wach. Das bringt ja echt nichts. Da ist so ein roher Fisch. Der bringt ja tausendmal so viel. Ja. Ich will nochmal einen rohen Fisch rein. Den kann ich aber fallen lassen. Den brauchen wir nicht mehr. Fotzt. Hast du hier kotzt? Das klang auf jeden Fall so. Das war auf jeden Fall nicht so gesund, was ich da gerade gemacht habe. Ganz. Ah. Könnte daran liegen, dass es Rottenfisches Hund. Das ist aber nicht der. Ja. Hier liegt auch noch einer. Den habe ich da vorhin hingelegt. Ich habe den mal weggeschmissen eigentlich. Fein gelassen. Ne, da war mal ein Lagerfeuer. Wenn du den vergammelten Fisch ins Lagerfeuer packst, dann wird der verkokelter Fisch. Und dann macht der ein bisschen mehr. Ja, aber dadurch wird der ja nicht besser, oder? Ne. Ja, macht nur ein bisschen mehr Heilung. Also Hunger, scheiße weg. Aber auch nicht viel. Ja, ich habe keinen Bock, dass ich anfange zu kotzen hier. Oh, das wusste ich nicht. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ähm. Ja, unterwegs gibt es vielleicht schon mal ein Tierchen oder so. Ja. So, wollen wir machen was? Ja, ja, wir versuchen den Weg zu finden. Ja. Wir haben gerade keine Ahnung. So viele Kieselchen. So, hier war ich, da waren die beiden. Ja. 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 Mhm. Wo, Tim? Dann müssten wir da hoch, glaube ich. War das da oben, oder? Ich glaube. Mh, okay. ich bin mir jetzt auch nicht sicher ich habe es natürlich nicht erwischt genau hier war das hoch gewischt gut du zwölschi hast jetzt ein plug-in was dir sagt wenn jemand schreibt oder sowas ja funktioniert ja das ist der mit der waffe genau alter hat deren für zappel dinge ist ein außenbord auf dem motorboot das habe ich aber auch erst gesehen als ich tot war den sollte vielleicht einzeln erledigen und nicht weg genutzt alter ihr spielte nicht mit euch also war es bei mir heute auch ich habe den dicken habe ich erledigt und dann kam ja einer rücken gesprungen aber ich glaube er hat zwei stück sind auch immer noch naja und die drei sogar ich bin ich komme ich bin am boden hat das geklappt ja ja ich bin ja nicht ob genade wenn sie sterben ist die die wiese hier läuft schon weg so wo ist der dicke der andere müsste gleich hinter euch oben auflaufen glaube ich der ist auch weggelaufen der will sein außenborder ist weggelaufen ne der liegt tot in der ecke der liegt hier krasser typ auf jeden fall hier ist die waffe aber der außenborder ach schade ich dachte den kann man wenigstens aufheben ey das wäre es gewesen das müsste man sich erstmal so ein motorboot kraften können aber müssen aufpassen die anderen beiden laufen ja noch um ja und auch die jetzt feuer laufen du hast du gerade so einen abwehrwald zu bauen die schmerzen mit hier urdolle alter und der hört mich auf zu brennen hier hatte ich habe noch alkohol solche ablöschen jetzt schmeiß mal ein paar arme ins feuer ist besser ich mag den rufen von verbranntem fleisch eben könnte ich den noch aufheben jetzt geht das nicht mehr liegt schon zu lange oder was klar hat es mal aufhören mir so entgegen zu rennen ich hätte voll erschrocken bei nur 1 bei mir sie sterbte alter kommt da kommt da kommt da kommt da genau auch nicht weit sein bist du ganz schön könnte ganz der ganze bildschirm rot warte mal ruhig mir am besten mal hinter dir hinter dir ja 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 mal bald breit seine in unser hotel zu ziehen ja machen halt hexa verbrennung geht auch das ding explodiert alter ungünstig noch dieses geräusch gehört von der waffe und dann habe ich da drauf gehauen und aber hier müsste big guy können wir nichts erlegen ich konnte den vorher noch transportieren nachher war es weg ok köpfen ist ab aber wir können nichts klauen seine maske oder sowas schade na gut dann haben wir erstmal aus oder wir gucken was jetzt oben das lager von denen ist ja hier oben irgendwo gewesen guck mal vorsichtig um die ecke ja guck du mal das da sind welche angekettet was wir müssen sie befreien tun können wir die mutanten so einer werden mal werden sie mal befreien so liebe wir sind deine freunde ja ja der sieht uns ja trotzdem können wir ihn zum feuer locken ja kein problem gerne gerettet und so merkt ihr das also der ist hier noch das war der andere hat mich angelaufen hinter mir ist aber auch schnell du liegst ja schon wieder auf dem boden es ist noch etwas im lager okay der erst im lager das ist ja wie schnell er ist aber ich bin schneller als das kommt wenn man heute helfen möchte das bestätigt nur meine abneihung gegen menschen jetzt macht mit dem messer rein so wird das gemacht wo ich herkommen so und dann das war ein fröhliches plündern würde ich sagen noch ein außenboot motor endlich weitere schaltplatinen noch eine zeil aber das geht noch weiter dahinter es hat doch mehr besuch für uns oder ich habe keine ahnung soweit war ich nicht ich bin da vorne gestorben schon ja aber richtig doch klar stimmt ich bin auch von von hier bin ich gekommen der gute menschen hautstuhl hier fühle ich mich wohl ich möchte sowas aufbauen wir können auf jeden fall gut sitzen genau das habe ich auch gemacht und dann kam ich dann und da war der dicke und der hat mich dann platt gemacht also er nicht sondern was machst du denn da kann doch trampolins bauen ist schon schönes menschen hautsegel hier ich habe die zählte kaputt gemacht und da ist noch was rausgekommen bekommen wir ein rezept davon wenn man das ding zerstören jetzt mal drauf für den stream das gefällt mir gut so und jetzt machen wir es nicht mal kaputt das verstöre ich ja alles ist beleidigt nein ist unzerstörbar oh mein gott da ist das rezept dafür erst mal kurz blut abwischen so damit haben wir auch das erfolgreich geplündert wer galoppiert denn da da oben ist schwer zwei so glaube ich okay hinter uns immer weil ich mein inventar bin verdammt ja ich auch und dann ist das uhr ich drücke meine falsche knopf um wieder raus zu gehen und hatte ja schon die abgehauen ja die fische sind verdammt schnell nervig wollen wir nochmal da rauf gehen vielleicht ist da oben noch irgendwas das sieht so wichtig aus die erhebung da einmal linsen habe ich jetzt nichts besonderes außer dem weg halt ach es war kein kannibal es war bloß ein hase ich habe mich getäuscht es war dann aber ein ziemlich großer hase der wirkte in der dunkelheit einfach nur größer ich habe angst gehabt ich nenne es auch gerne frankei oder verliehen kann nickel wir hatten vorhin ein feuer ne ja ja da habe ich auch noch hohes fleisch naja wir haben vorhin noch ein eichhörnchen gekillt hier ist weit und breiten nichts in der nähe so sieht es aus machen die bestimmt für die atmosphäre jetzt ziemlich weitläufig jetzt könnte man fernglas gebrauchen was du meinst sowas wurde eventuell jemand reinpatchen ja aber es gibt leute die finden das für unnötig ja um einen habe ich das gefunden ich glaube ich glaube ich bin auch hinten zu den anderen ausrufen ne ich glaube so weit bin ich gar nicht mehr laufen da kam nur das Fernglas rein mit dem letzten Patch ne glaube ich erst das war's das Fernglas kam jetzt erst mit dem letzten Patch rein gestern oder vorgestern der Gleiter und so genau können wir einen auf Legend of Zelda machen hier mit dem Ding durch die Gegensegeln Bieren warum die gut sind ich packe sie einfach mal ein kann ich nicht mehr schade ich muss mal weit essen hier aber ich habe nichts mehr ich mache hier einfach mal den Weg runter ja hier ist eine gute kann man sich umsehen und verteidigen und so jetzt gucken was da unten ist nichts gut ich weiß gar nicht warum ich überhaupt mein Pulsmesser hier mit dem Stream gepackt habe ich glaube der höchste Wert war immer noch als ich von auf 3 war das war anstrengend und aufregend das war anstrengend das funktioniert aber ziemlich geil jetzt habe ich hier in meinen ich nehme die Kamera auf in meinem Kamerabild unten links so ein kleines Herzchen mit meiner Pulszahl drin ist eigentlich für Radsportler gedacht aber mit so einer App kann man das auch hier bei OBS einbinden hier habe ich angefangen zu bauen hier kann man gut eine Palisade aufbauen zwischen den beiden Dingern man hat eine Klamourke das Koffer mein Lutfinger sind wieder mal außer Kontrolle jetzt habe ich auch noch lange drauf gedrückt das ist ein kleiner teich da kann man daraus trinken und habe ich mir gedacht auch scheiß drauf hier brauchst du einfach dann habe ich hier komplett alle Bäume ab gesenzt alles hier vorne hingeschmissen und dann wollte ich bauen auf einmal hat die Hälfte gefehlt sachen gibt es